hallo moin moin mein lieben hier ist der gute Sachse und wir spielen schon wieder AX2WG und ich bin mit gutem Jogi wie immer diese folgen laufen ge? 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 da sind wir wieder so diesmal habe ich mir auf den rad von mitgenommen hier so und wann ist Tag uhr? ich sehe nichts gleich ist drei uhr also so in zwei stunden games stunden wird der tag so ein bisschen aushalten ich will noch machen also theoretisch von dem baum von dem baumaterial ist ok aber ich will diese späre machen das muss ich so so muss ich die holzbarrikade das ist holzbarrikade wo ist er hin? holzbarrikade finde ich so top so toll deswegen werde ich was hm? ja holzbarrikade ist scheiße ok holzbarrikade ist no go ich werde machen ich werde machen eisenbarrikade also metalbarrikade ok ich bin entspannt ich bin entspannt wie viel kostet äh wie viel so da musst du bei bank machen bei mir das so so ich bin zuhause ich glaube unser haus braucht auch abdruck gell weil die ganze Zeit sagt holz ein bisschen ja ein bisschen ja ein bisschen schau ich mal ja zweiter entlang wenn du sollst wie viel braucht denn so eine Schildkröte bis sie dauernd ist ein trägt die Schildkröte also haben wir drei echt jetzt Schildi ist down ok ach du Schande ach du Schande oh jetzt kann ich die nicht töten die ist bewusstlos das ist doch unfair die kann sich nicht wehren jetzt wird sie getötet sie wird geschlachtet zur Schlachtbank geführt das arme Ding Metzger macht auch das gleiche gell bin ich Metzger ich bin doch kein Metzger ich kann es nicht bist du bist du ein Metzger nein ich bin kein oh mein Gott so wie krieg ich Keratin Entschuldigung ich brauch Keratin ich werde sie töten so dann geht die nicht down will die mich verarschen Kopf so tot vier Keratin wow ich hab Keratin sechs Keratin ey das ist ja enorm enorm mal so gar nichts wie viele Pfeile habe ich verschossen zehn Pfeile pfff alter hm da ist noch eine Schildi ich level halt die die ist mitten im Wasser ok ok irgendwie leckt der war momentan ja ich hab grad auch einen Lack Lackaffe Lackdi-Dack wieso hab ich wieder nix zu futtern dabei weil ich gestorben bin ne mhm ja alter ui der ist auch groß das nicht cool hallo Vögelchen so ich denke wenn wir Tügel sagt Hallöchen gibt auch jemand schon da reingegangen mhm äh ich hab ja nur so ein Vögelchen begrüßt was ich cool finde Käfer wenn wir den Tag mhm ich flieg jetzt hier mal an dem Fluss entlang ins Landesinnere bin ich gar nicht genau ach da okay oh Gigantosaurus wieso wow level 4 geil willst du einen Gigantosaurus fangen? sind da die wo immer der ganze Boden erschüttert? ja neee da rappelt mir alles zu viel hehehehe 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 hehehe gäh Zupfen sind sehr viele Kiefer, oder? Oh! Hat die mich jetzt erwischt? Ich bin ganz flach über dem Boden und da war dann eine Schlange und die hat mich voll erwischt. Also nicht mich, sondern mein Flugservorier, WB. Aber nichts passiert, der kann es ab. Oh, da kommen die Viecher, genau die suche ich. Sind die für diese Exekten schon verrautert oder was? Man kann hier nichts in Ruhe jagen, also mal ohne Scheiße, ich geht gar nicht alleine. Wieso? Ja, egal wo ich lande, hier ist überall Action, sofort. Ja, hab ich gesagt, so ist extrem schlimm. Hm, der hat mich grad wie ein Raptor sofort angegriffen. Weil hier waren grad zwei Insekten, die wollte ich mal so entspannt platt machen, aber dafür muss ich ja absteigen. Und dann kam natürlich direkt der Raptor. Mr. Raptor. Mr. Rapture. Hier oben irgendwas. So. So. Pügelchen. Mein Pügelchen, mein Pügelchen, was brauchst du jetzt? Ich baue deinen Ausdauer bis 500er. Hier sind Frösche. Ja, kann man auch. Zumindest hab ich welche gehört. Und damit kann man weit springen und so, ne? Ja. Wir sind auch relativ schnell. Möcker, möcker. Komm, zeig mir einen. Wo ist er? Ich hör' die Frösche, aber ich seh' sie nicht. Hallo Frosch. Lass mich krass ein bisschen an. Keine Insekten. Du wolltest dich dieser Folge ein bisschen helfen. Ja, da mit den Insekten ist gar nicht so easy, ey. Hier ist ein Kroko. Ah. Hi Dodo. Und fang an zu pisten. Super. Das hab ich gebraucht. Komm zu mir. Komm zu mir. Weg, Pflugsauer. Yay. Was? Ich komme später zu dir, okay? Guck dir, helf ich dir. Erstmal will ich Eisen farmen, weil ich brauche sauviel Eisen. Eisen? Ja, das kann ich jetzt machen. Ich bin grad hier auf dem Berg. Okay. Weil ich schon kein Keratin finde und kein Chitin. Hier ist ein bisschen was. Wenigstens etwas. Ich hoffe, jetzt wird es nicht wieder angegriffen. Von irgendeinem Scheißviech. So. Auf was bist du hier? Auf dem Berg gibt es auch die Kristalle, gell? Hm. Da unten raucht doch schon wieder irgendwas rum. Hm. Ah, das. Oh. 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 Holten Sie der KTG. Ja, hier. Das ist ein Ding. Der KTG- Tja, viel kann ich nicht mitnehmen. Ah, ok. Wie viel hast du schon? Dann schmeißt du die Steine. Die Steine brauchst du ja auch. Ich habe 200 Steine und 72 Metall jetzt. 200 oder was? 72. Da sind nochmal welche. Ich habe 100 Metall. Ok. Ich glaube, den einen Stein kann ich ja tragen. Und dann fliege ich zurück. Weil ich habe meinen Fluch, die nur auf den... ...mehr auf die Gewicht konzentriert. Ah, spannend. Der kann schon 200 tragen. Ich hasse, wie du so duster. Oh, ja, es sieht jetzt gut aus. Ja, ich fliege den... ...gut. So, ein bisschen habe ich was gefunden. Wo muss ich hin? Ah, ja. Hast du unser Zuhause gefunden oder noch nicht? Hm, ja, ich bin am Rückweg jetzt. So. Wäre denn gut, wenn wir... ...wird nicht so pissen. Das ist sehr neblig. Ich... ...ja... ...denk mein ich. ...denk mein ich. 700... ...sind wir. Hm? Hm? Ich habe angezündet. Ja, wir fliegen wieder zurück. Was? Ich glaube, ich habe zu viel noch. Ich glaube, wegen... Irgendwas? Wegen Steinen. Achso. Hä, wo bin ich? Diese Frage kann ich ja nicht beantworten. Oh, hier ist ne Base. Achso, hier bin ich. Da ist Bratax Base. Ich war doch richtig... Ich habe schon gedacht, so, hä, ich muss doch ja sein und dann so, hm. Da. Da war nicht... ... ...mehr, mehr, mehr. Ah, jo. Und ich mehr. So, du brauchst das alte Metall, ne? Jo. Ja, ich habe es da mal rein getan. Genau. Ich glaube, ich brauche mal ein paar mehr Pfeile. Ähm... Alter. Hm? Reptil! Ich überlege mir, ob ich sollte wirklich langsam anfangen zu... ...zum... ...zum... ...nächste Seite zu... ... auch... ...so ein... ...plus nur die Brücke bauen. Ist auch praktisch, oder? ...eine Brücke zu bauen? ... 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